Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Alec, The Lost Kingdom. Ach schön, schön, gefällt mir. Also bisher tolle Erlebnisse. Die Expedition, vorige Folge, ja ein wenig Abwechslung vom Doarv-Altag, Alt-Tag vor allem. Ja, heute ist die Bäckerei dran, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich erinnere mich richtig. So, das bedeutet, wir töten den Wolf hier. Oh, mein Güter ist da. Wo haben wir noch Platz im Inventor? So. So, also, wir wollen Genovist Tor. Genau, wir schauen mal nach. Gibt es denn in der Armory, das hätte ich ja gern. Savage Swamp. Okay, wir haben echt viele Werkzeuge in Reserve. Gut, Schiedarmor. Oh ja, das will ich haben, das will ich haben. Bau mir das. Das, bau mir das. Moment, wozu haben wir denn hauseigene Schmiede? Schmiede, 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 hier. So, immerhin arbeiten hier zwei Leute. Forge Sampling, irgendwas. So. Und dann Endso 1. Ja. Super. So, ganz toll. Mach das mal, meine Lieben. Schmiede. Auf, auf. Die Arbeit warten. So, wir brauchen, das brauchen wir nicht. Ich nehme das wieder raus aus dem Inventar, sonst beiße ich immer wieder rein. So, also wir brauchen eine Bäckerei. Die Bäckerei werden wir direkt vis-à-vis. So, wow. Wow. Bakery. Yeah. So, die werden wir, die, nein. Ich bin tatsächlich mal überlegen, ob wir noch eine Hütte bauen. So, dann haben wir die Bäckerei genau vis-à-vis. Das ist mal gut. So, und mit dem Hämmerchen bauen wir die mal auf. Die Bäckerei. So, ja, das Waffenproduzieren hat jetzt einiges an Geld gekostet. Das ist nun mal so, aber... So. Immerhin. Alles wird gut. Oh, und sie alle helfen mir. Oh, super. Oh, ja. Philipp managin. Nein, Philipp wollen wir noch nicht managen. Eine Bakery. Die Bakery. Yeah. Endlich. So, ja, dann klicken wir die mal an. Oh, ja, super. Upgraden geht nicht. Super. So, fein Job. Und zwar, tja, du möchtest immer Bäcker werden. Als kleiner Junge schon wollte Bradley Clark Bäcker werden. Und Philipp Harrison ganz genauso. Der wollte ja auch nichts anderes. Wally bleibt jobless. Genau, die lassen wir mal jobless. Vielleicht so, ja, ja, vielleicht wird das noch was. So, dann haben wir heute eine Bakery geschafft. Yeah. Super. Oh, sie holen sich die Säcke. Und da bringt er sie rein. Siehen wir da drinnen irgendwas? Eine Aktion? Nö. Ach, wie schade. Super. So, General Store. Wir versuchen jetzt Geld zu generieren. Ja, das machen wir aber nicht so. Sondern wir managen mal was. Den Marketplace. So, wir haben hier. Oh, jetzt muss man die erfunden. So, Auto Sell. Äh, wie? Heißt das, bis zu wird verkauft? Wir probieren das einfach mal. Auto Sell 100. Wir haben 140. Wir lassen es mal so eingesteht und beobachten. Ah, tatsächlich. Ist das cool. Ist das cool. So, Auto Sell hier. Auf 100? Nö, nö. Auf 100 will ich... Nein, ich möchte gerne genau auf 100. Genau so will ich es haben. Oh, wie cool. Und wir kriegen das Geld dafür. So, und hier haben wir Auto Sell. Da hätte ich gerne 250. Das ist eine gute Idee. Super 250. So, da würde ich sagen, behalten wir uns ebenfalls 250. So, 250 hier. So, und beim Holz auch 250. Weil ich nehme an, das wären Baumaterialien, die wir... Baumaterialien, die wir dann für... Naja, für Sachen halt brauchen. Super. So, 250, 250, 250. Und da können wir bis zu 100 runterverkaufen, oder? Ja, das machen wir bis auf 100. So. Super. So, Potions. Keine Ahnung. Bread. Behalten wir uns 200. Flash. Behalten wir uns 200. So, jetzt gehen wir zu den Äpfeln. Behalten wir uns 200. Yeah. So viele Äpfel werden wir niemals haben. Super. Passt. Passt doch. Gut. 14.000. Wahnsinn. Wally. Super. Was sagst du dazu? Oh, wir gehen wieder raus. Kann ich da... Ich muss das Ding da ablegen. Kann ich die verkaufen, die Dinger? Ich hätte schon gern verkauft. Super. Tech Sharing. 2800. Super. Hehe. Zeit nur gut steuern, meine Lieben. Zeit steuern. So. Manage Village. Schauen wir mal, ob wir noch einen Bürger dazubekommen. Oder vier, besser gesagt. Ja, ich bin mir da nicht sicher, ob das dem Dorf noch gut geht. Oder ob es nicht dann schon zu viel ist. So. Was mich... Ach komm, wir bauen noch eine, oder? Ja, wir bauen noch eine Hütte. Wir bauen eine Hütte. So. Build Mode. Hier. Nämlich. Haus. Haus. Dann nochmal hier. Da rüchte mir das Rücken... Oh. Sorry. Haus. Rücken an Rücken. So. Rücken an Rücken. Das wird unser Dorf entzücken. Oh mein Gott, war der schlecht. So. Ähm. So, dann laufen wir da mal hin. So, mit dem in der Hand. Ah, super. So, und wir schauen dann gleich, ob der Blacksmith unsere Schwerter bereits fertig hat. Die könnten wir uns dann kaufen. Also zumindest eines Mal. Super. Wally. Wally, bist du's? Oh, er hilft. Das ist schön. Super. Bist du Wally? Es ist Wally. So, auf zum General Store. Ist ein Angriff? Im Moment sehe ich keinen. Amory. Oh, wir haben noch immer nicht. Oh, wie schade. Amor? Nö. Oh, wie schade. Oh, wie schade. Gut, vielleicht arbeiten die noch dran. Kann natürlich sein. Hier, Ressourcen. Ressourcen. Also. Crafted noch immer. Der craftet gar nicht mehr. Craft something. Wie wäre es mit da und da? Und Amor. Ich hätte gerne noch vier solche. Ich meine, wir haben das Material. Also jetzt natürlich nicht mehr, aber vor... Oh, was für ein schönes Schick. 25. Hm. Hm. Und Wally ist da. Yeah. So, das Haus ist fertig. Wahnsinn, oder? Das läuft super. Ach, wie toll. Oh, und die Hauptstraße, die hat sich schon echt gewandelt. Wenn ich mir überlege, wie die frühe ausgesehen hat. Wahnsinn, oder? Wahnsinn ist das. Ist richtig, richtig toll geworden. Richtig toll. So, die Baracken werden wir dann auch noch bauen, aber ich habe mir gerade gedacht, wie sieht das jetzt aus mit diesen... Da, hier, 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 hier das meine ich. Hier, hier, hier das meine ich. Stonewall. Stonewall. Stonewall baut man aus... Holz. Okay, Baracken. Ja, die werden wir dann auch noch bauen. So, wir brauchen... So, wir brauchen ein Tor. Als erstes mal, hier ist die Hauptstraße, oder? Nein, hier ist die. So, hier ist die Hauptstraße. So, hier kommt das Haupttor her, oder? Ja, so kommt es her. Super. Dann haben wir Woodwall. Wir könnten natürlich da noch irgendwas herbauen, oder? Also, wir schließen einfach so zu sagen. Oh, wir haben kein Holz mehr. Okay. Oh, okay. Ups. Oh, wie cool. Da habe ich ja gleich Lust mitzumachen. So, naja, ein wenig Holz fällen. Das kann wohl nicht schaden. So, vielleicht nehmen wir während des Baus vom Wall... ähm, diesen Auto-Sell raus. Das ist vielleicht auch ganz gut. So. So. Dann laufen wir jetzt zum General Store. Ja. So, Send All. Super. Und jetzt würde ich sagen... Nein, das wollte ich nicht sagen. So, Marketplace hier. So, kein Auto-Sell. Wollen wir haben. Ewig viel. Unendliche Mengen. So, und dann schauen wir mal. Lieber, lieber Blacksmith. Was macht ihr gerade? Oh, ja, meine... Oh, und ihr seid fertig. Forge something. Was könntest du denn noch forgen? So vor dich hin. Könntest du zum Beispiel sagen. Da was, da was, da was, da was. Oder? Wenn wir dann die Leute ändern, mit deren Aufgabenbereich, wäre das doch gut, wenn Werkzeuge bereit sind. Super. So, jetzt schauen wir in den General Store, wo wir uns ein tolles Schwert kaufen können. So, da haben wir alles abgegeben. Armory. Oh, ja. Oh, ja. Bye for Eric. Oh, wir haben das Schwert. Wir haben das Schwert. Armor. Ja, bye for Eric. Ja. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Ah, wir müssen nach Hause. So. Ist das cool. Oh, ja. So, wir haben das. Das bleibt. Hier nochmal das. Das können wir weglegen. Natürlich kann man das. Oh, ja. Oh, ja. Armor. Hier. Oh, ja. Und der Schwert. Der Schwert kommt hier rein. Hier. Was macht denn das für Damage? Oh, 16. Und hier? 8. Und der? 10. Oh, ja. Oh, ja. So, ich brauche jetzt einen Gegner, bitte. So. Goblin, Wölfchen, irgendeinen. Oh, die Holzfäller sind aber extrem aktiv hier. So, da hinten ist ein Wolf. Und da werden wir gleich unsere neue Waffe testen. So, Wölfchen, kommst du bitte? Ja. Wow. Wow. Freddy ist da. Ja, wir bilden dann gleich ein Barrack. Ich möchte hier noch um die Kurve schauen. Weil da waren wir noch nicht. Da ist so, äh, Nebel. So. Ach, noch ein Goblin-Dorf. Na klar. Na klar. Jetzt weiß ich, wo die mehr herkommen. Okay. Äh, ich will weg. Wow. Ja gut, das ist aber ungefähr, das ist aber ungefähr, meine Lieben. Wow. Ich will weg, ich will weg, ich will weg, ich will weg. So. Oh. Oh, schade, dass ich das Fleisch nicht mehr da auf dem Hotkey gelegt habe. So. 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 Der Erste, der Zweite und du auch, bitte. Danke. Sterbt schön und schnell. So. Oh. Takeback. Nein. So, der kann 15, 5. 30, 15. 40, 10. Auto-Safe. In ein paar Sekunden. Oh, das wird aber jetzt interessant. Das wird aber jetzt interessant. So. Dann würde ich mal sagen, hier, das nehmen und weiter vorlaufen. Okay, wir haben jetzt drei getötet. Da bin ich aber gespannt. Du spielst dich so lange, bis es schief geht. Das befürchte ich ja ihm. So. Auf jeden Fall haben wir drei erledigt. Wie viele wohnen da drinnen? Sicher mehr als drei. Dreh ich mal das Fleisch da noch rein. Hallo? Och, da ist so ein dicker. Wow. Wow. Lass mich weg. Lass mich weg. Wow. Oh. Wow. Oh, wir gehen. So. Der macht aber heftig Auer. So. Roxanne ist auch da. Das ist schön. Ich habe Angst vor dem Boss. Und schnell rennen. Puh. Okay. Und schnell rennen. Puh. So, mein lieber Boss. Jetzt zeige ich dir, wer der Boss hier ist. Oh, vielleicht treffen wir jetzt keine Dorfbewohner hier. Nein. Das Ende vom Boss. Oh. Tick back. Keine Ahnung, was da drin war. Ach so. Ja, hier. Nix. Oh, der Boss ist tot. Der Boss ist tot. Der Boss. Oh. Okay. Und jetzt sind sie alle respawned. Und wir wissen wieder nicht, was im Dwarf ist. So. Wie kann man das da dazulegen? Ja, kann man. Man kann. So, das Dorf geradet. Da ist ja wieder einer. So, komm. Komm, mein Freund. Komm. Komm. Komm nur. Wo ist der Beutel? Da ist der Beutel. Da ist der Beutel. Tick back. Da ist der Beutel. So. Jetzt gehört das da auf mir. Hehe. Das war die Hütte vom Boss, nehme ich mal an. Yeah. Denn ich bin Alec, Erbe des Königreichs. Es ist mein Dorf. Okay. Kann man das eigentlich? Sag bloß. Sag bloß. Geht das vielleicht mit einer Axt besser? Nö. Schwert ist eindeutig besser. So. Dafür, dass ihr immer auf unsere Häuser einkugelt. Ja, gute Nacht, mein Hütchen. So. Euch das leere genug, oder kommt ihr wieder? Ja, wir könnten es auch so machen. Hehe. Ich hoffe nur, dass hinter uns keine Spawn, das wäre unangenehm. Ja. Oh. Au, 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 au. Okay. Also, die Hütte ist wieder gespawnt. Hier. Die, die wir gerade weggemacht haben. Okay. Dann geht das noch nicht. Oder legst du es? Ah, schade. Aber es ist jetzt unser Dorf. Wir hissen hier unsere Flagge. Die Flagge of the Lost Kingdom. So, meine Lieben. Das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.